Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Linux Guides. Ja, ich habe am 13. März einen Vortrag bei den Chemnitzer Linux Tagen 2021 gehalten. Der dreht sich um die Goro Engine, das heißt, was jetzt nach dem Intro folgt, ist eine Aufzeichnung. Ihr findet weitere Informationen auf der CLT-Seite, die habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich euch gar nicht länger aufhalten und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Vortrag. Willkommen auf dem Vortrag zu Godot, die Open Source-Engine, Spiele-Engine. Neben mir sitzt der Jean-Frederic Vogelbacher, 20 Jahre alt und hobbymäßig betreibt er eben auch Spieleprogrammieren. Und der will uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen, nehme ich mal an. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Robert, für die Einleitung. Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir an alle bei den Chemnitzer Linux Tagen 2021. Und ja, meinen Namen, den wisst ihr schon, ich bin der Jean und ich stelle euch heute die Godot Engine vor. Das ist eine Open Source Game Engine, wie schon richtig gesagt. Ja, vielleicht nochmal kurz zu mir. Ja, viele Sachen hat Robert schon erzählt. Ich studiere Informatik an der FAU in Erlangen-Nürnberg und programmiere Spiele auf der Godot Engine seit ungefähr 2018. Ich mache das aber nur hobbymäßig und bin jetzt auch nicht in irgendeiner Weise mit dem Godot Projekt assoziiert. Und ich bin einfach nur ein glücklicher Benutzer. Und man kennt mich unter anderem vielleicht über den YouTube-Kanal Linux Guides, über die TUX-Tage 2020. Und ja, wenn man jetzt etwas spezifischer unterwegs ist, dann kennt man vielleicht sogar den Zug-Simulator, den ich über die Godot Engine schreibe. Der nennt sich Libre Trainsim. Ja, das wäre es soweit über mich. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Vortrag rein und klären wir erstmal ganz grundlegend, was ist eine Game Engine denn überhaupt. Am Ende ist eine Game Engine in gewisser Weise ein Tool, Spiele zu programmieren. Das vereinfacht es einem Programmierer sehr und meistens läuft auch ein Spiel dann über diese Game Engine. Das heißt, das Ding ist quasi mit dem Spiel selber sehr verwickelt. Und meistens gibt es dann auch noch einen eigenen Editor direkt. Ja, bei den meisten eigentlich. Das vereinfacht halt eben nochmal viel, bringt aber auch code-technische Vereinfachungen mit. Beispielsweise muss man sich selten noch mit mathematischen Matrizen und so weiter rumschlagen. Da gibt es meistens schon vorgefertigte Bibliotheken und Funktionen, die man nutzen kann. Wobei, aus Erfahrung kann ich sagen, lohnt es sich das schon selber, sich das Ganze nochmal anzuschauen und vielleicht selber zu schreiben. Weil man lernt erstens sehr, sehr viel dabei und ist auch nicht viel. Und man ist sich sicher, was dann wirklich berechnet wird. Ja, dann sind in den meisten Game Engines, wie auch in der Godo Engine, einmal Sound-Physik-Engines mit drinnen. Das Ganze funktioniert jetzt bei Godo Engine auch in 3D, 2D. Da kommen wir dann natürlich gleich nochmal etwas genauer da drauf. Und das, ja, es werden auch unterschiedliche Programmiersprachen unterstützt. Bei der Unreal Engine beispielsweise hat man C++ und so ein Visual Scripting, wenn man so will. Bei Unity hat man beispielsweise C-Sharp. Ich glaube, das war es auch schon in der Unity Engine, aber nagelt mich nicht darauf fest. Und bei Godo hat man eben auch nochmal verschiedene Programmiersprachen. Da kommen wir gleich dazu. Und in der Regel, das Schöne ist bei einer Game Engine, dass man einmal für diese Game Engine programmieren muss. Einmal so ein Spiel da drin oder Programm. Und kann das dann, wie bei anderen IDEs, für viele Plattformen dann direkt bauen mit Knopfdruck. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und, ja, ist auch natürlich ein großer Vorteil, dass man sich dann um die plattformspezifischen Sachen nicht mehr kümmern muss. Ja, ich würde sagen, kommen wir direkt zu Godo selber. Godo hat meiner Ansicht nach als eines der größten Features ein sehr innovatives Design. Und zwar einmal ein sehr, sehr einfaches Node-System. Ich zeige euch das gleich nochmal an einem kleinen Beispiel. Am Ende heißt es aber, dass alle Spielelemente, Objekte und so weiter aus sogenannten Nodes bestehen. Und diese Nodes bestehen dann aus weiteren Nodes. Das heißt, man hat eine super Baumstruktur. Und ich habe mal hier dazu geschrieben, Objektorientierung eher das Feinest. Das ist wirklich unglaublich gut, wie das gemacht ist bei Godo. Und man findet sich da auch als Programmierer sehr, sehr einfach zurecht. Genau. Wie gesagt, eine einzelne Node kann auch eine komplette Szene darstellen, die aus verschiedenen Nodes ist. Und ganz viele Kinder-Nodes hat. Und diese Szene-Nodes kann man dann wieder in eine andere Szene reinpacken. Und dann beispielsweise tausendfach haben. Wie beispielsweise einen Enemy. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Plattformer machst und da halt irgendwie Feinde sind. Dann musst du natürlich nur einmal diesen Feind, ich sage mal, erstellen und programmieren. Und du kannst ihn dann tausendfach in die andere Szene reinziehen. Also das ist so ein bisschen das Prefab-Prinzip von Unity. Nur meiner Ansicht nach sogar nochmal etwas besser. Ja, wir haben ein leicht zu verstehendes Interface. Und bei Godo haben wir auch nochmal den großen Vorteil, dass wenn einem das Interface nicht gefällt, wenn man den Editor selber erweitern möchte, dann kann man das sehr, sehr einfach machen. Durch eigene Add-ons habe ich selber auch schon gemacht. Und das erspart einem wirklich teilweise hunderte Stunden an Arbeit. Und ist unglaublich, wie einfach das geht und wie cool das implementiert ist. Tatsächlich ist der Editor selber auch nur ein Spiel in dieser Engine geschrieben, um jetzt nochmal etwas auszuholen. Aber ist erstmal nicht wichtig. Ist vielleicht nur für die, die das etwas detaillierter wissen wollen. So. Ja, hier habe ich euch das gute Stück mal mitgebracht. Ich habe hier so ein kleines Example-Projekt. Ich würde einfach mal sagen, ich starte es einfach mal ganz kurz, dass ihr wisst, was das überhaupt ist. Das ist nur so ein bisschen, um mal ganz wenige Sachen zu zeigen. Das ist am Ende einfach nur ein kleines Mobile-Spiel, was ich innerhalb 2-3 Stunden mal zusammengeklumpert habe. Und ja, man muss hier halt eben den Hindernissen ausweichen. Ich kann das hier mit den Falltasten steuern. Und wir haben ganz witzige Animationen drin. Nicht zu viel. Ihr seht, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, einen Todes-Screen oder einen Retry-Screen einzubauen. Ist wirklich nur ein ganz, ganz kleines Sample-Projekt, was ich einfach mal zusammengeklimpert habe. Ja, genau. So. Ja, ganz kurz das Node-System gezeigt oder vielleicht etwas erklärt. Das ist hier unsere Spielwelt. Und diese Spielwelt besteht, wie gesagt, aus diesen einzelnen Nodes, wie beispielsweise dem Boden hier, Ground. Und der hat verschiedene Kinder. Einmal eine Collision-Shape und einmal eine Mesh-Instance. Das ist diese visuelle Instanz. Und daraus ist er eben zusammengebaut. Dann haben wir noch verschiedene andere Sachen. Ein Hat haben wir hier auch direkt drin, was man da bauen kann. Komme ich nochmal später kurz da drauf. Und ja, einzelne, ich sag mal spezielle Nodes oder Teile, die für Godo etwas wichtig sind. Aber beispielsweise, wenn wir den Player sehen, das Ganze ist am Ende eigentlich auch nur eine Szene. Wir haben ja nicht so einen vorgefertigten Player mit so einem hübschen blauen Pfeil und einer Kamera direkt drin. Ne, das ist tatsächlich eine eigene Szene hier, die wir hier sehen. Und diese Szene besteht wieder aus weiteren Nodes. Das ist quasi dieses Prinzip. Und das kann man wirklich, ja, man kann Nodes in Nodes in Nodes setzen und so weiter. Das funktioniert sehr gut. So, gut. Ja, so habe ich nochmal ein Bild mitgebracht. Ich denke, das brauchen wir nicht. Kommen wir zu den weiteren Features. Godo selber hat eine 2D- und 3D-Engine. Und oder sogar, man kann tatsächlich einmal eine 2D-Welt in einer 3D-Welt projizieren, aber auch eine 3D-Welt in einer 2D-Welt. Das, ja, übersteigt vielleicht jetzt für den Neuling etwas, das, ja, das Denkvermögen in Anführungszeichen. Aber ist erst mal nicht wichtig. Man kann damit jedenfalls alles machen. Und 2D-mäßig sagt man, es ist tatsächlich eine der besten 2D-Engines, die es gibt auf dem Markt. Und das sage ich nicht, das sagen verschiedene Leute, die wirklich mit beiden Tools gearbeitet haben. Habt auch persönlich schon mal mit verschiedenen drüber gesprochen. Im 3D-Bereich ist Godo auch ganz gut dabei, wobei, da gibt es auch etwas Nachholbedarf. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal 3D an. Was kann Godo denn überhaupt? Erstmal physisch basiertes Rendering ist gar kein Problem. Okay, wir haben auch direkte Materialien-Implementierung mit drin. BSDF-Rendering nennt sich das in Fachkreisen. Und man hat wirklich alles, was Materialien brauchen. Beispielsweise, wenn man jetzt einen Baum modelliert und einen Baumstamm hat und einfach einen glatten Zylinder hat, dann kann man eine Textur draufpacken, die dann auch selber nochmal Unebenheiten schafft und das dann viel, viel reeller aussieht. Normal Mapping heißt das beispielsweise. Und das unterstützt alles Godo echt sehr, sehr gut. Und man kann sich auch wahrscheinlich in einer Stunde oder in mehreren Stunden in einem einzigen Material verlieren, um das richtig schön hinzubekommen, wenn man will. Ja, außerdem unterstützt Godo Global Illumination. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise ein Handyspiel macht, wo man jetzt nicht so viel Performance zur Verfügung hat, dann kann man beispielsweise schon Schatten in die Texturen reinbacken. Dann müssen die Schatten nicht mehr Real-Time-mäßig bzw. gleichzeitig gerendert werden. Außerdem gibt es noch mit Post-Processing inklusive HDR Nebel-Blume-Reflektionen. Den Nebel seht ihr hier ja dann auch in dieser Welt. Habe ich dann auch eingestellt. Das sieht dann eben ganz nett aus. Kann man natürlich noch sehr, sehr viel mit rumspielen. Man hat auch eine einfache zu nutzende Shader-Sprache auf GLSL-basierend. Man kann also auch seine eigenen Shader schreiben. Und es werden eigentlich so ziemlich auch alle gängigen Formate unterstützt. Einmal OBJ, FBX, GLTF oder so ist alles mit dabei. Und da fehlt eigentlich auch nichts Gängiges. Ja, hier auch nochmal ein Bild, wie das dann mal aussehen kann, wenn man ein bisschen mit rumgespielt hat. Ich denke, das Bild spricht für sich. Im 2D-Bereich, muss ich sagen, bin ich selber nicht so aktiv. Aber am Ende bietet 2D eigentlich auch alles, was man braucht. Beispielsweise auch einen zusätzlichen Teilmap-Editor, wo man dann eben Teilmaps erstellen kann, wie beispielsweise bei Super Mario oder sowas. Da kann man ja einzelne Blöcke dann, ja, ich sag mal, definieren, ob das jetzt Luft sein soll, ob das Erde sein soll, ob das irgendein Item sein soll. Das unterstützt GoDo. GoDo auch selber kann man relativ einfach auch implementieren. Dann 2D-Lichter und Normal Maps gibt es auch. 2D-Animatoren gibt es auch. Und man kann wirklich so ziemlich alles damit machen. Also richtig, richtig schöne Schattenwürfe in 2D dann nochmal programmieren. Und also wirklich, wenn ihr irgendwas 2D machen wollt, dann ist GoDo auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Beziehungsweise vielleicht auch euer Tool der Wahl. Ja, habe ich jetzt hier auch nochmal ein Bild mitgebracht. Wie man dann so eine Level-Auswahl hier modelliert hat. Ist wahrscheinlich ein Handyspiel. Und, ähm, genau. Ja, Animationen. Das Coole ist bei GoDo, man kann eigentlich so ziemlich jeden Wert animieren. Das alles im 2D- und 3D-Bereich und auch teilweise im code-technischen Bereich. Ähm, das ist schon unglaublich, was man mal da alles machen kann. Man hat natürlich auch Skelette und Bones oder Knochen, womit man dann beispielsweise, wenn man jetzt einen, äh, Menschen hat und den simuliert oder beziehungsweise einfach rendert, dann kann man dem auch Knochen zuweisen, die sich dann auch bewegen sollen nach einer gewissen Animation. Und, ähm, ja, das funktioniert auch, glaube ich, mit der Physik-Engine. Ähm, da ist man wirklich ziemlich weit, würde ich mal sagen. Und, ähm, kann ich euch einfach mal zeigen. Ähm, ich habe beispielsweise beim Spieler, äh, so ein ganz einfaches Hovering implementiert. Das heißt, äh, dieser, äh, dieses Dreieck hier bewegt sich immer ein bisschen auf und ab. Kann ich einfach mal zeigen. Gibt es hier natürlich auch spezielle Nodes, wa? Die Animation ist am Ende auch nur ein Node. Und, äh, dann habe ich jetzt hier einmal die Hover-Implementation, beziehungsweise das Hovering hier implementiert. Und am Ende ist es das Anpassen einer einzigen Y-Variable, die man hier auch ganz, ganz einfach dann, ich sag mal, tracken kann. Und, äh, genau, das, wie ihr seht, spielt sich hier unendlich ab. Und dann gibt es natürlich noch andere Animationen, wie beispielsweise, wie man sich von links wieder nach geradeaus dreht, glaube ich. Oder, ne, ich glaube, von geradeaus nach links quasi, wenn ich das einmal abspiele. Ja, ne, das ist eine ganz kurze Animation. Und so kann man diese Animationen dann hier in dem Editor animieren und auch sehr, sehr einfach über den Code aufrufen. Ja, genau. Ähm, aus meinem Projekt vielleicht nochmal etwas detaillierter. Ja, beziehungsweise etwas aufwendiger. So eine Pantograph-Animation, wie der Pantograph eines Zuges sich einfach auf und ab bewegt. Äh, ja, das Ganze geht dann auch bis zu, äh, Figur oder so. Also da kann man wirklich viel machen mit. Ja, äh, kommen wir zum Scripting. Das ist ja auch ein nicht unerheblicher Teil der Godo Engine, beziehungsweise überhaupt von Spieleprogrammierung. Man kommt, meiner Ansicht nach, ohne Programmierkenntnisse nicht so weit. Also ihr braucht schon grundlegende Programmierkenntnisse. Ihr müsst jetzt keine speziellen Sachen können. Ihr müsst kein C können, wenn ihr ein bisschen Java oder Python mal geschrieben habt. Dann reicht das in der Regel eigentlich schon. Ähm, normalerweise wird in Godo mit GD-Script gearbeitet. Ähm, das ist eine Python-ähnliche Sprache, die sehr einfach zu erlernen ist. Ähm, alternativ gibt es noch C Sharp. Das funktioniert dann unter, mit Mono. Ähm, und genau. Ist auch quasi eine offiziell unterstützte Programmiersprache oder Scripting-Sprache. Und, äh, das, äh, ja, funktioniert ganz gut. Ist sogar schneller als GD-Script. Dann gibt es noch Visual Scripting. Das heißt, dass man nicht mehr programmieren muss, sondern nur irgendwelche Kästen aneinander schiebt und die dann verbindet. Und alles Mögliche. Diese Kästen stellen dann quasi Funktionen dar. Ähm, das Ganze gibt es beispielsweise bei der Unreal Engine sehr, sehr gut. Ähm, bei Godo gibt es es auch. Allerdings nicht ganz so gut. Ist meiner Ansicht nach noch nicht wirklich fertig für den Gebrauch. Und meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, warum man das da bis jetzt schon so genau eingebaut hat. Weil, ja, wenn man mal ein bisschen da reintaucht, dann gibt es einfach noch keinen Sinn. Also, das würde ich nicht empfehlen. Dann, äh, gibt es einmal Community-Erweiterungen für verschiedene Sprachen. Einmal Rust, Nim, D und andere Sprachen kann man sich dazu installieren. Beziehungsweise, ja, irgendwie, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, inwiefern das geht. Man kann am Ende mit diesen Sprachen auch, äh, programmieren in Godo. Ähm, aber ich selber habe das noch nie gemacht und würde es dem Einsteiger auf jeden Fall nicht empfehlen. Dem Einsteiger würde ich, wenn er jetzt kein C-Sharp-Profi ist, auf jeden Fall GD-Script empfehlen. Ja, dann gibt es noch einen eingebauten Skript-Editor, ähm, mit Syntax-Highlighting, Auto-Completion und Real-Time-Parser. Alles mögliche, was man braucht. Zeige ich euch auch gleich. Äh, jetzt habe ich hier oben eine Neiste. Na, egal. Ähm, und, genau. Das Schöne ist, man kann beispielsweise das eine Skript in GD-Script programmieren, das andere Skript in seinem Projekt in C-Sharp und das dritte Skript beispielsweise dann, äh, mit irgendwas anderem oder jedenfalls man kann das auch, ich sag mal, mixen in einem Projekt. Äh, es gibt auch C++ mit GD-Native, äh, ist das am Ende. Das ist aber nicht für das richtige Skripting gedacht, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht für das alltägliche Skripting wie GD-Script oder C-Sharp. Das ist, äh, eher für spezielle Funktionen der Engine vielleicht gedacht, wo man wirklich sehr, sehr viel Performance braucht. Äh, das, äh, gibt's auch. Und ich glaube, das musst du dann aber mitkompilieren. Aber das, äh, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der, äh, so, warum habe ich hier die Leistung um? Okay, jetzt, oder? Okay, wunderbar. Genau, äh, hier ist ein Bild davon. Das zeige ich euch natürlich auch nochmal in Action. Äh, wenn ich jetzt hier einfach mal ins Skript gehe, dann, äh, macht das einfach mal ein bisschen größer. Macht den Animator mal aus, die Animation, Bearbeitung. Und, äh, ja, ist ein ganz einfacher Editor, wenn wir jetzt beispielsweise eine Zeile neu schreiben wollen. Ich mach das jetzt einfach mal, um euch das ein bisschen zu zeigen. Äh, kann man hier relativ einfach, dann werden natürlich auch einem die Funktionen vorgeschlagen. IsActionJustPressed. Und dann, äh, hat er hier direkt unsere Aktionen, die wir mal definiert haben. Ähm, UIWrite brauche ich in dem Fall, kann ich einfach auswählen. And Lane größer gleich minus 1. Dann wechsle ich die, beziehungsweise, dann tue ich die Lane um 1 verringern. Ja, so habe ich das immer programmiert. Also, wenn man jetzt die rechte Falltaste drückt, dann soll die Linie von dem Chat 1 nach links gehen, beziehungsweise 1 runtergezählt werden. Habe ich eben mal so definiert. Ist aber erstmal nicht wichtig, was das Ding macht. Aber so einfach, äh, ja, äh, ist dann auch Syntax-Highlighting mit dabei. Und wenn man jetzt weiß, okay, äh, oder wenn man jetzt nicht weiß, wie eine Funktion funktioniert, dann kann man die Steuerungstaste gedrückt halten und auf die jeweilige Funktion gehen. Und dann öffnet sich hier im Editor direkt die Dokumentation, wo man sich dann alles Wichtige nachlesen kann. Und, ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Man hat hier auch eine eingebaute Suche, wenn man irgendwie nach einer speziellen Funktion oder Klasse sucht, kann man das hier sich auch mal anzeigen lassen. Genau. Also, ich muss sagen, selber gibt es natürlich für andere, äh, Editoren auch Plugins für Godo. Das gibt es tatsächlich auch. Aber ich selber, äh, bin nicht über den Engine-eigenen Editor hinausgekommen, weil, ja, er funktioniert tatsächlich sehr gut. Ist manchmal nicht ganz so performant, aber das, äh, ja, geht wirklich sehr gut. Und ich selber hab noch nicht deswegen, äh, die Mühe gehabt, äh, mich da wirklich in einen anderen Editor da nochmal reinzuarbeiten. Ja, außerdem kann man live debuggen und optimieren. Das heißt, wenn das Spiel läuft, kann ich währenddessen im Editor hineingehen, irgendeine Variable verändern, irgendwas im Skript anpassen, das dann direkt im Spiel automatisch reinladen und dann sehe ich direkt die Veränderung. Das ist sehr, sehr hilfreich, äh, wenn man irgendwie ein Fehler auf der Spur ist. Äh, ansonsten hat man noch einen eigenen Profiler für Speicherauslastung, FPS-Netzwerkauslastung, wie viele Objekte gezeigt werden und so weiter. Äh, ja, Netzwerkprofiler selber gibt es auch nochmal. Also, vielleicht nochmal hier am Rande. Multiplayer-Spiele funktionieren natürlich auch sehr gut und unterstützen verschiedene, ähm, Technologien. Da komme ich nochmal gleich drauf. Ähm, so sieht dann beispielsweise der Profiler mal aus. Kann man hier links einmal die verschiedenen Sachen wählen, die man mittracken will und dann, ähm, sieht das am Ende ungefähr so aus. Ja, außerdem kann man mit der Godo Engine nicht nur auf Linux oder Windows oder Mac, beziehungsweise, äh, man kann mit der Godo Engine auf Windows, Mac, OS und Linux programmieren. Und tatsächlich, äh, unterstützt diese Engine auf allen Plattformen, alle Features. Das heißt, man hat jetzt keine, ich sag mal, ähm, ähm, beschränkte Version mit ein paar Funktionen, die einfach nicht funktionieren, beispielsweise auf Linux. Nee, man hat wirklich alles mit dabei. Außerdem, ein großer Vorteil ist, dass die Godo Engine selber nur eine Download-Größe von 30 MB hat. Nein, ich habe mich hier nicht verschrieben. Zeige ich euch nochmal gleich. Äh, und, äh, außerdem, wenn man eben die Engine verändern will und irgendwie seine eigenen Sachen mit reinbauen will, kann man das auch relativ einfach machen. Und, äh, das Kompilieren aus der Quelle funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut und ist sehr, sehr einfach, Hand zu haben. Wichtig ist, man muss aber nicht unbedingt irgendwas kompilieren. Also, das ist wirklich nur rein optional, wenn man da die Engine nochmal selber verändern will. So. Genau. Äh, dann haben wir einmal verschiedene Exportmöglichkeiten. Einmal in Windows, Mac, OS, Linux. Ja, vielleicht ganz klar. Ja, ansonsten einmal noch iOS, Android, HTML5 und WebAssembly gehen direkt auch aus der Godo Engine mit einem Klick. Das ist sehr, sehr cool. Äh, ansonsten, Konsolen werden auch unterstützt. Dafür braucht man aber Drittanbieter-Software. Ich denke, wegen den Lizenzen. Und, ähm, genau. Man kann das momentan für die Switch, für die PS4 oder die Xbox One exportieren. Die neue Konsolengeneration habe ich jetzt mal gestern nochmal drauf geschaut. Ist jetzt noch nicht offiziell angekündigt. Aber ich denke, mittlerweile gibt es da auch schon erste Builds. Und warten wir mal ein halbes Jahr ab, dann werden sicher auch die neuen Konsolengenerationen unterstützt. Beziehungsweise die neue Generation. Außerdem gibt es noch XR-Support, also Augmented und Virtual Reality. Ist, äh, tatsächlich Godo auch echt gut dabei. Ähm, wir haben verschiedene Technologien wie OpenVR, OpenXR, Oculus SDKs. Ich glaube, hier habe ich mich verschrieben. Ähm, einmal ein ARKit und, äh, WebXR ist auch mit dabei. Und, äh, ja, verschiedene Geräte werden auch unterstützt, beziehungsweise wurde das damit getestet. Äh, also wenn man wirklich da was mit Virtual Reality oder sowas tun will, dann ist der Godo auch echt gut aufgestellt. Ja, außerdem ist einfaches Teamwork möglich mit der Godo Engine. Also problemlose Versionsverwaltung. Wir haben eine relativ einfache Dateistruktur. Ähm, jede Szene ist eine einzelne Datei, ja. Und, äh, dadurch funktioniert das ganz gut. Außerdem diese Szeneninstanzierung, wie ich sie euch gezeigt habe, mit diesem ganzen Node-System, ist natürlich auch prädestiniert dafür. Das heißt, der eine kann irgendwie an, ähm, ja, der Welt arbeiten, der andere am Spieler und, äh, der dritte, ja, irgendwo anders, an einem Feind oder irgendwie an Grafiken oder sowas. Das ist kein Problem. Außerdem ein ganz nettes Feature. GitHub unterstützt GDScript selber auch. Das heißt, man hat direkt Syntax-Highlighting und eben die anderen Features, die da GitHub mit sich bringt. Ja, außerdem haben wir ein, äh, Audio Engine natürlich mit drinnen. Das sind jetzt so die Dinge, die ich jetzt erstmal persönlich in jeder Game Engine erwarte. Hat natürlich Godo auch alles. Also einmal in der Audio Engine gibt's ein eigenes Bus-System. Da kann man 2D- oder 3D-Sounds dann mit reinbringen, die sich auch mit einem Doppler-Effekt dann beispielsweise verhalten. Andere Effekte, ein Equalizer ist mit drin. Verschiedene Filter, die man da reinbauen kann. Ähm, ich würde mal sagen, die Audio Engine ist tatsächlich sehr gut. Ist an manchen Stellen vielleicht noch etwas ausbaufähig, wenn man wirklich sehr, sehr viel damit machen will. Für einfache Sachen reicht es aber wirklich gut aus. Und, äh, wenn man da jetzt wirklich nicht zu sehr in Detail gehen will, wird man damit auch sehr glücklich. Ja, die Physik Engine ist, äh, auch selbst geschrieben, soweit ich weiß. Also in 2D und 3D. Äh, optional geht das auch mit Bullet. Ähm, wir haben eine Input-Unterstützung von Maus, Tastatur, Multi-Touch, also auch auf dem Handy gibt's verschiedene Demos und Controller oder so. Funktioniert auch alles wirklich schon direkt out of the box, wenn man so will. Wir haben einen starken GUI-Editor. Das heißt, man kann seine eigenen Menüs zusammenbauen. Und, äh, tatsächlich ist das, äh, eines der, äh, ich sag mal, stärksten GUI-Editoren, die ich gesehen habe. Beziehungsweise mir selber hat nie was gefehlt. Und, äh, man muss sich etwas einfurchsam anfangen, aber dann kann man wirklich damit alles bauen. Es gibt sogar eine Demo, wo man, äh, wo jemand ein Betriebssystem, eine Betriebssystemoberfläche nachgebaut hat. Das ist schon unglaublich. Ja, Networking unterstützt Godo, wie vorhin gesagt, auch. Einmal Inet, Websocket oder WebRTC ist auch alles mit dabei. Ähm, Multithreading gibt's natürlich auch mit Threads, Mutex, Semaphoren und so weiter. Unterstützt auch GDScript selber, diese Godo hauseigene Sprache. Und, äh, damit wird man eigentlich sehr glücklich. Genau, außerdem gibt es noch eine hilfreiche und sehr nette Community. Ja, ist eben sehr auf die Community spezifiziert. Ähm, man hat eine Stack-Overflow-ähnliche Seite, wo man dann Fragen und viele Antworten hat, mit einem Voting-System. Ein Discord-Server, ein IRC-Server, ein Matrix-Server, ein Reddit-Server. Äh, ein Forum natürlich auch. Und es gibt auch lokale Gemeinschaften auf der gesamten Welt. Äh, der Bezug ist hier die gesamte Welt. Äh, lokale Gemeinschaften gibt's in Deutschland, glaub ich, zwei. Ja, also, äh, das ist eher... Gibt jetzt nicht in Nürnberg eine, in Frankfurt, in Berlin, sondern, ja, ich sag mal, deutschlandweit. Außerdem, äh, was ich euch auch noch mal gleich live zeige, ist das Asset-Library mit, äh, hunderten Demos, Templates und Plugins, wo man sich dann direkt mal anschauen kann, wie verschiedene Leute etwas gemacht haben und das dann auch in seinen eigenen Projekten weiter nutzen kann. Und das Ganze ist in der Engine schon selber implementiert, bin's quasi im Editor. Das, ähm, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, sich da einfach mal rumzuklicken und einfach mal anzuschauen, was man alles mit dieser Engine machen kann. Äh, hm, genau. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein, äh, Bild mitgebracht von einem Plugin, was jemand geschrieben hat. Das, äh, Godo Heidemap Plugin. Äh, ja, ich würde sagen, das Bild spricht für sich. Man kann wirklich so ziemlich, äh, alles in der Godo Engine machen. Dieses Heidemap Plugin ist zwar an manchen Stellen noch nicht ganz perfekt, aber man kann beispielsweise auf jeden Fall, äh, mal nachschauen, inwiefern, ähm, das programmiert wurde und kann sich da natürlich auch Inspirationen holen. Oder man kann es natürlich auch für so ein eigenes Projekt verwenden. Ähm, für mich jetzt, für meinen Zugseminator war das jetzt nichts, weil, ähm, ich brauche unendliche Welten quasi in der Einsicht und das unterstützt, äh, das Heidemap Plugin so nicht. Aber da werde ich mich tatsächlich dann mal ein bisschen inspirieren lassen, wenn ich das selber mal programmieren sollte. Genau. Außerdem haben wir noch eine, äh, gute Dokumentation, die man auch im Internet natürlich finden kann. Die ist auch mehrsprachig, äh, also setzt aber meiner Ansicht nach jetzt nicht unbedingt überall auf die Sprache. Also das heißt, wenn ihr kein Englisch könnt, wird es wahrscheinlich nichts. Ähm, es wurde zwar viel übersetzt, aber nicht alles. Und wenn man mal in die Foren schaut, dann geht es eigentlich auch nur mit Englisch. Aber, ja, teilweise ist die mehrsprachig und das ist sehr, sehr schön. Und es gibt auch Tutorials zu verschiedensten Themen. Kann ich doch euch einfach mal zeigen. Habe ich hier mal. Äh, gehen wir einfach mal auf Learn, müsste das sein. Genau. Und dann sind wir hier direkt in der Engine drinnen. Äh, nicht in der Engine, in der Dokumentation. Und dann hat man hier beispielsweise ein Step-by-Step-Tutorial, äh, wie man dann überhaupt hier mit dem Editor anfängt. Und, äh, das Ganze müsste es auch teilweise in Deutsch geben. Kann ich hier mal zu DE ändern. Ja, genau. Ist auch in Deutsch. Und, äh, das ist ganz cool. Aber nicht jede Seite ist in Deutsch, muss man sagen. Genau. Gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, was, kommen wir zum nächsten Punkt, was macht die Godot Engine als Game Engine selber überhaupt besonders? Weil Game Engines gibt es ja viele. Der größte Vorteil ist wahrscheinlich, dass man sie komplett frei nutzen kann. Sie wird nie etwas kosten. Sie ist am Ende freie Software. Und, äh, wenn man will, kann man sie auch selber verändern und schreiben und, äh, theoretisch auch quasi forken und, äh, ja, da sein eigenes Godot-Projekt dann machen. Ähm, sie ist meiner Ansicht nach relativ einfach zu erlernen. Ähm, da gibt es Engines, die um weitaus komplizierter sind. Ähm, es gibt, glaube ich, auch einfachere Engines. Die können dann aber auch nicht so viel. Und Godot macht da meiner Ansicht nach wirklich, äh, die richtige, geht da meiner Ansicht nach den richtigen Weg. Sie hat sehr, sehr viele Features, wie wir eben gesehen haben. Ähm, man kann mit eigentlich fast allen großen kommerziellen Engines mithalten. Im 3D-Bereich gibt es noch manchmal etwas Nachbesserung. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn man, wenn einem jetzt irgendwas fehlt, dann kann man das theoretisch auch nachprogrammieren, was halt eben in anderen Engines nicht so geht. Da ist man dann wirklich auf die Engine in gewisser Weise beschränkt. Jedenfalls kostet das ansonsten relativ viel. Ähm, der Editor selber funktioniert auch ohne Einschränkungen auch auf Linux. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise die Unreal Engine sehen oder die Unity Engine auf Linux. Ich glaube, die sind beide jedenfalls nicht ganz so stabil. Waren auch auf jeden Fall in den letzten Jahren, äh, experimentell. Und, ähm, stürzen auch gerne mal ab. Und bis man das erstmal eingerichtet hat, dann hat man in Godo wahrscheinlich schon ein halbes kleines Spiel programmiert. So jetzt nicht, äh, aber trotzdem, äh, die Funktion mit Linux ist einfach sehr, sehr gut. Und die Implementierung mit Linux. Ja, durch dieses Node-System, was ich euch am Anfang gezeigt habe, ist die Godo Engine meiner Ansicht nach sehr intuitiv und effizient aufgebaut. Da macht beispielsweise meiner Ansicht nach die Unreal Engine nicht so viel besser, beziehungsweise, äh, macht das eigentlich auch ein bisschen schlechter. Meiner Ansicht nach habe ich auch mal ein bisschen mitgearbeitet. Ähm, und die Unreal, ne, die Unity Engine hat ja dieses Prefab-Modell. Das ist so ein bisschen wie das Node-System, aber wirklich so eine freie Hierarchie, wie man sie bei Godo hat, habe ich sie, glaube ich, selten gesehen in Engines. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen, ja. Also, Godo bietet zwar super viele Features, Vorteile und so weiter, aber natürlich, äh, hat jede Engine auf gleich noch ein paar, äh, Themen, wo sie vielleicht etwas Nachholbedarf haben. Und, äh, zwar einmal, hab's ja schon die, äh, ganze Zeit immer mal wieder etwas angeteasert, die 3D-Engine ist tatsächlich noch etwas performance-hungerig. Also, nicht, dass sie nicht benutzbar ist, ich programmiere selber ein 3D-Spiel und, äh, das funktioniert auch super und, äh, die Framerate ist auch echt okay. Ähm, ähm, aber beispielsweise, wenn man jetzt noch Schatten aktiviert hat und vielleicht noch irgendwie, äh, Anti-Erlasing und so weiter, dann, äh, wird das auf einem Gerät ohne Grafikkarte schon teilweise eher ruckelig. Also, da, äh, machen das andere Engines besser, muss man ganz klar sagen. Unity und Unreal Engine würde ich jetzt mal da ansprechen. Aber, äh, generell gehe ich mal davon aus, dass es auch in den zukünftigen Jahren behoben wird und am Ende, man kann damit sehr gut Spiele programmieren, dass, äh, auch 3D-Spiele, gar keine Frage, die auch sehr viel Spaß machen. Ich zeige euch auch noch mal gleich ein Projekt, was möglich ist. Und, ähm, ganz ehrlich, ja, also wer jetzt da wirklich jedes Stück Performance rausholen will, der schreibt am besten seine eigene Engine. Und, ähm, ja, da hilft vielleicht Unreal Engine an manchen Stellen, aber dann ist man wieder an anderen Stellen beschränkt. Ja, äh, auch ein Nachteil, wie wir ihn vielleicht alle von Linux ein bisschen kennen, dass wir einen ziemlich geringen Marktanteil haben. Ähm, dieser wächst stetig und wird auch, äh, größer. Ich würde sagen, auch prozentualer größer als beispielsweise Linux im Desktop-Bereich bei uns. Ähm, aber, ja, er braucht halt seine Zeit. Das Projekt ist, glaube ich, 2014 veröffentlicht worden als, äh, offene Software oder als freie Software. Und, ähm, ja, seitdem hat sich so viel getan. Man hat quasi eigentlich, äh, alles im, im Untergrund oder im, im Backend quasi ausgetauscht und neu programmiert. Da ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit reingeflossen. Und, äh, ja, seit 2, 3 Jahren, würde ich sagen, ist das Ding wirklich sehr benutzbar und, äh, ist meiner Ansicht nach wirklich eine Alternative auch zu den anderen Engines. Ähm, aber, ja, der Marktanteil ist halt eben klein. Dadurch, äh, hat man natürlich nicht so eine große Community, äh, und dadurch natürlich auch jetzt nicht so viel Literatur. Es gibt zwar schon Bücher über Godo und so weiter, aber, ja, äh, nicht so viele wie bei Unreal Engine Unity. Also, tatsächlich, auch wenn man zwar Kurse oder sowas sucht, da findet man sehr, sehr wenig. Aber, äh, ich sag mal so, ich bin noch an keinen Punkt gekommen, wo ich mir gesagt hab, Mist, hier weiß ich einfach nicht weiter, äh, ich brauch da jetzt unbedingt ein Buch oder so. Man fuchst sich überall rein und, äh, tatsächlich, die Community selber hilft sehr, sehr viel und, äh, ist auch sehr, sehr nett, wenn man natürlich selber nett ist. Außerdem, wenn ihr jetzt ein bisschen in die berufliche Richtung schaut, äh, kann man mit Godo-Erfahrung natürlich nicht so viel punkten, wie momentan noch mit Unreal Engine oder Unity-Erfahrung, weil einfach viel, viel mehr Entwicklerstudios auf, äh, die Unreal Engine oder Unity setzen. Wobei, in der Vergangenheit sind auch schon manche zur Godo-Engine umgesprungen. So ist es jetzt auch nicht. Also, ich denke, das Ding wird in den nächsten Jahren noch viel Potenzial haben. Und diese Nachteile, die wir hier sehen, äh, ich denke, die werden auch behoben, in gewisser Weise in den nächsten Jahren. Ja, so, jetzt habt ihr ganz, ganz, ganz viel über die Godo-Engine erfahren. Ähm, wie kann man denn selber anfangen? Und ich würde mal sagen, ich, äh, präsentiere euch das mal ganz kurz live, wie einfach das ist und, äh, quasi schon ein Auftrag für euch, äh, wenn ihr jetzt mal später bei den Camden Zen Unix sagen, mal eine Pause habt, dass ihr euch das einfach mal anschaut, ja, oder anschauen müsst, ja. So, ähm, ich, äh, gehe hier einmal auf die Seite Godo-Engine.org und, äh, gehen wir einfach, gehen wir einfach mal auf Download. Äh, ich brauche für Linux die 64-Bit-Version. Wenn ihr mit C-Share programmieren wollt, braucht ihr die Mono-Version. Mir reicht die Standard-Version hier in 64-Bit. Das Ganze wird live gerade heruntergeladen und jetzt ist es heruntergeladen. Also, das hat nicht mal 5 Sekunden gedauert. Und ich würde sagen, ich gehe mal in den Downloads-Ordner. Der ist bei mir hier. Und dann entpacke ich das einfach mal. Dann kann man das jetzt natürlich hinschieben, wo man will. Wohin man will. Und, äh, dann habe ich das gestartet. Und, ja, die Godo-Engine ist gestartet und installiert. Und man kann sofort anfangen, damit zu programmieren. Ähm, ich, äh, wähle jetzt hier mal Scan aus. Das, äh, das wüsste jetzt nicht so alle wissen. Äh, 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 äh. C-Files, programmieren, Godo. Habe ich das hier drin? Ja, hier sind meine ganzen Projekte drin, aber leider nicht alle, die ich wollte. Gut, ähm, ich starte es nochmal von meinem, von meiner Flatter-Version aus. Da habe ich nämlich was vorbereitet. Ähm, zack. Äh, einfach nur, dass wir uns etwas Zeit ersparen. Und zwar kann man nämlich in den Vorlagen, ähm, eben alle Vorlagen durchstöbern. In verschiedenen Kategorien. Einmal Templates, ja, womit man dann, die man dann quasi direkt in seinem, äh, in seinem Spiel dann in dieser Weise verwenden kann. Äh, einmal Projekte sogar selber. Ähm, Multiplayer-FPS beispielsweise. Oder hier ein ganz einfachen Cube-Character. Ein Space-Adventure. Alles Mögliche. Schaut da wirklich mal durch. Äh, ein Planetengenerator. Meteoroid haben wir hier. Alles Mögliche. Tetris natürlich. Könnt ihr euch wirklich mal dann anschauen. Und, äh, wenn wir mal auf Demos gehen, dann finden wir hier den Third-Person-Shooter-Demo. Das habe ich mir mal heruntergeladen. Und, äh, dann muss man auf Installieren drücken und dann macht er das. Äh, das dauert allerdings ein bisschen, weil halt eben, wie ihr schon sagt, seht, das Ding ist etwas aufwendiger. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und, äh, dann erscheint das hier in der Liste. Unter Projekte. Und dann doppelklicke ich das ganz einfach. Und wir können das Ding starten. Währenddessen mache ich mal das andere zu. Zack. Äh, 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 nicht speichern. So, genau. Äh, das ist hier der, äh, GoTo Third-Person-Shooter. Und, ja, wir sehen hier jetzt erstmal nicht viel. Das macht nichts. Das ist jetzt so ein Main-Script, was hier anscheinend hier gestartet wird. Kann man hier dann wirklich jede einzelne Zeile Code dann nachchecken, wie das Ding funktioniert. Und, äh, wir können hier einfach mal auf Abspielen drücken. Und, ähm, ja, wir starten mal das Ding. So, ich, äh, schau mal, dass es bei mir nicht so laut ist. Äh, okay. Dann, ähm, ja, kann ich hier einfach mal auf Spielen drücken. Und, äh, das ist eine Demo, die man sich jetzt ganz schnell heruntergeladen hat. Und, ähm, werden wir uns das einfach mal zeigen. Okay, ich hab hier, glaube ich, die, ähm, Settings etwas niedrig gemacht. Ich sag mal Nativ. Resolution hab ich mal ausprobiert. So, genau. Äh, ja, das ist jetzt hier ein Spiel in der GoTo Engine. Eine Demo. Ähm, ich denke, die Demo selber spricht für sich. Äh, ihr habt natürlich auch Sound. Ich glaub, das seht ihr nicht. Ich weiß nicht, wie sehr es ruckelt. Aber ich denke, es reicht, ja, was man hier alles machen kann. Und, äh, das Schöne ist, das Ganze kann man jetzt auch selber nachvollziehen. Zeile für Zeile, Textur für Textur, Objekt für Objekt. Wie haben die das erstellt? Wie haben die das importiert? Ähm, beispielsweise, wenn wir einfach mal so ein Enemy reingehen, finden wir so einen roten Roboter. Und den kann ich hier einfach mal öffnen. Und dann gehen wir mal auf die 3D-Szene. Dann, ähm, haben wir hier diesen, dieses nette Viech. Und, äh, können dann, ja, uns die verschiedenen Knochen anschauen. Und Modelle und Animationen. Beispielsweise hier gibt's so ein Partikel-Emitter auch. Detouch-Spark kann ich einfach mal auf Emitting schalten. Und dann müsste es irgendwo ein, äh, ein, äh, ein Spark quasi, ich sag mal, äh, da rauskommen. Ähm, äh, als ich's gestern funktioniert, äh, als ich's gestern probiert hab, hat's noch funktioniert. Aber, ähm, ja. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, äh, vielleicht hab ich jetzt, ach so, das Ganze ist gerade nicht sichtbar. Machen wir mal hier Death sichtbar. Okay. Genau. Und dann kann ich hier jetzt Detouch-Spark nochmal anmachen. Und dann sehen wir hier. Ja, na gut. Werden hier beispielsweise uns solche Funken gesprüht. Und, äh, das, äh, kann man sich dann wirklich alles anschauen, wie genau das programmiert wurde. Das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Demos, äh, die tatsächlich auch fürs eigene Projekt ganz gut helfen. Und, ähm, genau, könnt ihr euch wirklich mal dann stundenlang mit beschäftigen und schauen, was man da schon so alles machen kann. Äh, es gibt aber auch beispielsweise ganz, ganz einfache Demos, wie jetzt, ähm, ein, äh, Multiplayer-Pong beispielsweise, ja. Wie das dann übers Netzwerk funktioniert oder eine ganz einfache 2D-Plattformer oder so. Da wird euch Philipp auch nochmal ein bisschen was heute zeigen. Der, äh, macht ein Codo-Workshop, beziehungsweise zwei Stück. Einmal heute um 15 Uhr und morgen um 8 Uhr. Sind leider schon beide ausgebucht, soweit ich weiß. Relativ schade. Ähm, aber jedenfalls an die Leute, die hier drin sind, äh, wünsche ich euch auf jeden Fall dann sehr, sehr, sehr viel Spaß, wenn es dann soweit ist. Ähm, ich denke, ihr werdet auf jeden Fall viel lernen. Aber für die Leute, äh, die jetzt dann nicht mehr die Möglichkeit haben, ja, in diesem Workshop zu gehen, äh, die sollen natürlich auch nicht leer ausgehen. Ich hab einfach mal ein bisschen zusammengeschrieben, wie ich selber angefangen habe, mit dieser Engine zu arbeiten. Ja, äh, was wir eben gemacht haben, herunterladen von Godo und anschauen verschiedener Demos. Ja, ihr habt gesehen, äh, man kann das relativ einfach schon umsetzen und, äh, sich das einfach mal anschauen. Ähm, und, äh, dann sollte man vielleicht sein erstes Spiel programmieren, dass man einfach mal so ein bisschen reinkommt. Man sollte ja nicht direkt anfangen, ein Riesenprojekt zu machen, weil das wird in der Regel nichts. Ähm, und, äh, ja, auch wenn ihr jetzt von einer anderen Engine kommt, ja, macht das schon sehr Sinn, einfach mal da reinzuschauen. Da gibt es, äh, eben in der Dokumentation ein Spiel, ähm, und das heißt Dodge the Creeps. Und hier kann man dann nach und nach alle, ähm, alle Grundzüge der Engine lernen, äh, wie instanziere ich eine Szene, ähm, wie bewege ich beispielsweise irgendwelche Sachen hin und her. Und, äh, das Ganze in der 2D-Sicht, weil 2D ist tatsächlich am Anfang immer einfacher als 3D. Glaubt mir einfach, fangt am Anfang nur mit 2D an. Ich selber hab mich jetzt auch eher auf den 3D-Bereich konzentriert, am Anfang aber auch nur was mit 2D gemacht, weil, äh, es vereinfacht sehr, sehr vieles. Und, ähm, man lernt die Engine besser kennen. Und der Umstieg von 2D auf 3D ist dann wirklich nicht mehr wild. Ja, äh, ich hab dann gesagt, gut, wenn ihr euer erstes Spiel mal programmiert habt, das hat man vielleicht so in 3, 4 Stunden geschafft, wenn man das ein bisschen alles sich durchliest und wirklich der Anfänger ist, ähm, und, äh, dann kann man auch direkt ein, würde ich euch empfehlen, ein kleines eigenes 2D-Spiel zu programmieren. Erfindet da nicht das Rad neu, versucht einen eigenen Plattformer zu machen, versucht irgendwie ein kleines Farming-Spiel in 2D oder irgendwas in 2D machen. Ähm, das, äh, hilft auf jeden Fall sehr, einfach nochmal selber damit zu arbeiten und, ähm, vielleicht auch, wenn ihr wollt, dieses erste Spiel etwas erweitern. Beispielsweise meine erste Eigenleistung in Godo war in diesem Spiel ein Musik-An- und Aus-Button, ja. Hört sich, äh, sehr, sehr, äh, einfach an. Ist es wahrscheinlich auch am Ende. Aber, ja, das war so mein erster Erfolg, wenn ich mal so sagen darf. Also wirklich fangt in ganz, ganz kleinen Schritten an. Weil die meisten, äh, wollen dann irgendein Spiel programmieren und das nächste World of Warcraft oder Witcher 3 oder so. Programmieren, ähm, ja. Macht euch da ganz, ganz groß bewusst. Ihr seid kein Entwicklerstudio mit hunderten Mitarbeitern. Ähm, ihr könnt zwar mit eurem Spieletraum anfangen, das mache ich in Anführungszeichen auch. Aber das dauert sehr lange und versucht das wirklich in einzelnen Schritten zu machen. Und, ähm, für ein großes Projekt schaut, dass ihr vielleicht so jeden Monat eine spielbare Version fertig habt. Ja, dass ihr nicht sagt, okay, das erste Jahr programmiere ich jetzt die Welt und hab noch. Also, weiß ich nicht, ich programmiere die Welt, programmiere irgendwas, irgendwas, äh, ganz detailliert. Macht das nicht, fangt mit einem kleinen Gerüst an, versucht euer Spiel dann von diesem kleinen Gerüst immer weiter aufzublähen. Und, äh, programmiert, wenn ihr seht am Anfang, oh nein, was hab ich da für Fehler gemacht? Dann programmiert halt, äh, notfalls nochmal ein Teil neu. Ähm, aber auf jeden Fall macht das sehr viel Sinn, äh, relativ schnell einen spielbaren Prototyp zu haben. Oder ein spielbares Spiel und, äh, von diesem spielbaren Spiel dann immer in die nächste Version zu gehen. Als einzelner Entwickler hab ich, äh, jedenfalls, ich sag mal, so ganz gute Erfahrungen gemacht. Und man verliert eben nicht so viel, ähm, man verliert nicht so viel Motivation. Ja, weil man hat immer ein fertiges Spiel in den Händen. Weil ansonsten beim riesigen Spiel hab ich jedenfalls, wenn ich's anders angegangen bin, immer die Motivation verloren. Und die liegt mittlerweile auf der Festplatte seit Jahren. Genau. Außerdem, ganz, ganz wichtig, an Gamejams teilnehmen. Ein Gamejam ist am Ende eine Veranstaltung, die momentan sehr, sehr häufig online stattfindet. Ähm, wo man dann in einer gewissen Zeit, meistens ist es ein Wochenende, ein Spiel programmiert. Von Anfang bis Ende. Und, äh, ja, ist toll, nur ein kleines Spiel. Hat man vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Minuten durchgespielt. Aber es geht darum, neue Techniken zu finden. Einfach mal was auszuprobieren, was ein Anfang und ein Ende hat, ein definierbares. Und man weiß, okay, gut, ich bin nach diesem Wochenende damit auch fertig und hab was Cooles, Neues gelernt. Hab vielleicht, äh, das Ganze mit anderen Leuten gemacht. Hab vielleicht einfach mal ein bisschen in die Team-Kollaboration hineingeschnuppert. Oder hab mal was endlich in 3D gemacht. Oder, ja, keine Ahnung. Ja, programmiert einfach solche kleine Prototypen in diesem Gamejam. Macht das ein bisschen hübsch mit der Grafik und Musik und so. Und, äh, das ist relativ klein, begrenzt. Aber ihr merkt wirklich jeden Arbeitsschritt von Anfang bis Ende. Und ihr werdet merken an so einem Gamejam, dass das Ende von einem Spiel gefühlt nochmal genauso viel Zeit kostet, wie die Entwicklung selber quasi. Also es ist unglaublich, wie viel, äh, man am Ende noch machen muss. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ja schon fast fertig. Das ist nochmal sehr, sehr viel. Aber, ja, macht das einfach mal. Da lernt ihr coole neue Leute kennen. Ähm, lernt neue Facetten. Der Engine kennen. Probiert andere Engines aus in diesen Gamejams. Ähm, ja. Es muss kein großartiges Spiel sein. Einfach nur so eine kleine Spielwiese für euch und für andere. Und, äh, sich dann gegenseitig Tipps zu geben und so. Das Ganze gibt's, wenn wir kein Corona haben, dann auch häufig reell. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich aber immer nur in Online-Gamejams teilgenommen. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und man braucht nur ein Wochenende Zeit. Also, macht das auf jeden Fall. Auch wenn ihr noch nie ein Spiel programmiert habt und das mal machen wolltet, macht das. Ist es komplett egal, was für einen Wissensstand ihr habt. Dann gibt's noch verschiedene Ressourcen, die mir persönlich sehr gut weitergeholfen haben. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Aber einfach mal eine Auswahl. Ähm, einmal die Goro Engine selber, also die Dokumentation. Dann einmal der YouTuber GD Quest. Ähm, der, ja, erklärt wirklich einzelne Facetten der Engine. Wie mache ich einen First-Person-Shooter? Wie mache ich einen Plattformer? Ich glaube, er hat irgendwie auch so ein kleines Tank-Game, also ein kleines Panzerspiegel, so top-down gemacht. Wo man von oben dann so hinschaut und vielleicht andere Panzer dann abschießen kann. Und, äh, Games from Scratch hat da meiner Ansicht nach auch viele verschiedene Sachen gemacht. Und zeigt tatsächlich auch viele Open-Source-Tools, die es rund um die Spieleprogrammierung gibt. Äh, also das heißt, wenn ihr jetzt nicht so in der Godo Engine, äh, ich sag mal, ähm, assoziiert seid, wenn ihr nicht viel damit machen wollt, ist Games from Scratch sowieso eine gute Empfehlung. Es gibt verschiedene Demos und, ähm, ich glaube, Robert wollte eben was sagen. Ich, äh, ich hab die Uhr im Blick. Äh, gut. Äh, genau. Es gibt verschiedene Demos. Es gibt eine Discord-Gruppe, äh, auch in Deutsch oder in Englisch. Die haben mir auch teilweise weitergeholfen. Und ich selber hab in den letzten Wochen auch mal ein kleines Spiel programmiert. Äh, hab ich euch einfach mal einen Link dann in die Präsentation gesetzt. Könnt ihr dann aufrufen und mal schauen. Fertig ist es noch nicht ganz, aber, ähm, ja. Es zeigt auf jeden Fall schon relativ viel. Und für allgemeine Ressourcen für Spieleprogrammierung kann ich Jonas Tirola empfehlen. Das ist ein Deutscher, der das auf Englisch macht und, äh, so die Basics erklärt. Wie fange ich an mit dem Spiel? Wie konzeptioniere ich das? Äh, worauf muss ich achten? Und das ist komplett engine-unabhängig auch nochmal. Ja. Jetzt habt ihr geballte 46 Minuten an Informationen bekommen. Ich hoffe, äh, ihr konntet ein paar verarbeiten. Gibt's jetzt noch Fragen? Und, ähm, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja. Vielen Dank, Jean, für diesen echt guten Vortrag. Ähm, du hattest wahrscheinlich im Durchschnitt, ähm, um die 180, äh, Zuschauer. Und, äh, es haben sich auch einige Fragen angesammelt. Einige, die Community ist relativ aktiv. Die haben sich auch schon selber geholfen. Ich weiß nicht, hast du das Pad im Blick? Äh, ich kann's nochmal öffnen. Dann lese ich mal die erste Frage vor. Ähm, kann Godo Meshes in Echtzeit im laufenden Spiel ändern? Also, der Frager möchte wohl einen Vulkanausbruch simulieren und dabei die Erde anheben. Ja, das geht. Also, ähm, du kannst, ähm, wirklich, du kannst von Grund aus natürlich irgendwelche OBJ-Dateien dann importieren. Und, äh, natürlich das statisch machen. Äh, es gibt aber auch in Godo, äh, die Möglichkeit, sein Mesh Sekunde für Sekunde neu zu generieren. Und, äh, dann irgendwas damit zu simulieren und so weiter. Es geht vollkommen. Äh, beispielsweise gibt auch welche, die nutzen das wissenschaftlich, also gar nicht für Spiele. Ähm, das kann man wirklich auch echt gut ausreizen. Und, ähm, ist nicht für Spiele, ich sag mal, spezifisch, oder es ist nicht spezifisch für Spiele. Und, äh, ja, man kann diese Vulkane auch schön ausbrechen lassen mit eigenen Shadern, mit eigenen Mesh-Generationen. Das geht. Ja, dann hat jemand gefragt, ähm, soll es irgendwann Unterstützung für Realtime Raytracing geben? Weißt du da was? Ja, ich bin mir sicher, es wird es geben. Ich weiß nicht, ob es direkt in der... Das ist ja vermutlich nur ein anderes Backend dann. Genau, genau. Also, ist, äh, in der 4.0 glaube ich so... Doch, ich glaube, in der 4.0 ist es sogar schon drin, wenn ich mich nicht irre. Also, die 4.0 soll jetzt eigentlich im ersten Quartal kommen. Das erste Quartal ist jetzt langsam zu Ende. Äh, von daher wird sich das, glaube ich, etwas verschieben. Aber, äh, generell, ja, soll auf jeden Fall kommen. Vielen Dank an die Community, die die Fragen gleich beantwortet reinschreibt. Da muss ich das nicht machen, weil parallel reden ist schwierig. Ähm, ich wechsle dann mal zu einer Frage weiter unten, weil das oben ist schon ziemlich beantwortet. Ähm, was für ein KI-System gibt es denn bei Godo? Behavior Trees oder GOAP? Ich muss sagen, das sagt mir jetzt alles nichts, aber du... Es gibt beispielsweise Navigation Meshes, also dass du selber Navigation in Godo selber direkt nutzen kannst. Das heißt, du hast irgendwie, ja, 2D irgendwie ein Polygon definiert, wo sich die Entities, die Einheiten dann bewegen können. Und, äh, die können das dann auch so ein bisschen, in Nahrungszeichen, automatisch. Ähm, also du kannst dann irgendwelche Funktionen aufrufen. Aber eine fertige KI gibt es jetzt nicht. Die muss man natürlich selber programmieren. Ähm, wenn du das jetzt meintest. Ähm, genau. Oder war das, war das der Fokus? Ansonsten nochmal nachfragen. Es ging halt um KI, aber ich gehe mal zur nächsten Frage. Ähm, machen wir mal den großen Themenkomplex. Da lese ich dir jetzt weiter oben, lese ich dir mal mehrere Fragen vor. Also, gibt es Erfahrungen, wie man das in Schulen macht? Und eine Blueprint, äh, nee, ja, Blueprint-ähnliche Sprache und Unterschied Visual Script, GD-Skript. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Und wie entwickelt sich Visual Script? Okay, okay. Also, ich glaube, die Blueprints, die Blueprints sind auf die Unreal Engine bezogen. Das sind am Ende auch nur Klassen, würde ich mal sagen. Weil ich bin nicht irre. Ähm, also, so selber im Visual Scripting bin ich gar nicht so drinnen. Äh, selber kann ich nur sagen, für komplexe Spiele absolut nicht empfehlenswert. Und auch teilweise die einfachsten Sachen sind wirklich nicht gut implementiert. Da würde ich nicht drauf setzen. Also wirklich nicht aufs Visual Scripting. Wenn, äh, schaut euch da GD-Skript an. Da gibt's alles. Also Blueprints oder sowas oder Klassen, worüber dann man, ich sag mal, einbindet über andere Klassen und so weiter. Das geht alles, wie in einem ganz normalen Software-Projekt auch. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur KI-Frage. Es hat nochmal diejenige Person nochmal etwas spezifiziert. Also die KI-Programmierung in Form von künstlicher Intelligenz wirklich irgendwie ein Bild zu erkennen, ob es jetzt Hund oder Katze ist, äh, da hab ich jetzt nichts gehört, dass es da irgendwas in Godo gibt. Aber gibt's vielleicht sogar vielleicht Plugins? Ansonsten kann man eins programmieren und dann selber verwenden. Also schließt es nicht aus. Ähm, ja, dann gibt's noch eine Frage. Ähm, gibt es Tipps für Game Jams? Hättest du dann auch eine Liste für uns vielleicht? Ähm, für Game Jams, die man machen kann? Äh, in gewisser Weise, ja. Äh, also, äh, schon... Für, ähm, Veranstaltungen ist die Frage gedacht. Genau. Also ihr könnt ihr mal auf itch.io vorbeischauen. Das ist so eine Indie-Game-Plattform. Und hier gibt's auch einen Tab Game Jams. Da laufen pro... Also gerade laufen wahrscheinlich 20 Game Jams oder sowas. Die meisten sind natürlich sehr, sehr unbekannt. Ähm, aber es gibt pro Jahr einmal, ich glaub zweimal, Ludum Der oder Ludum Dare. Der ist sehr bekannt. Den Global Game Jam, den gab's im Januar. Ich selber hab den Wowie Game Jam mitmachen wollen. Das ist dieser von Jonas Tirola, den ich euch als YouTuber vorgestellt hab. Der macht auch immer ganz coole Sachen. Ähm, aber, äh, da findet ihr auf jeden Fall für jeden, äh, Bereich irgendeinen Game Jam, äh, die Großen jetzt mal zu nennen wären, ja, Ludum Dare und den Global Game Jam, würde ich sagen. Aber es gibt noch viele weitere. Ja, danke. Dann noch eine letzte Frage, ähm, die interpretiere ich jetzt noch ein bisschen größer. Wie misst man Performance-Unterschiede bei verschiedenen Snippets mit gleichen Ergebnissen? Ich lese daraus, äh, macht's einen Performance-Unterschied, ob man jetzt in C-Sharp oder in GDScript schreibt, äh, wie schlimm ist das? Sehr gute Frage. Und tatsächlich gibt es einen Unterschied. Also ich hab gehört, dass C-Sharp um einiges performanter ist als GDScript. Ähm, ist so. Also tatsächlich, ja, wenn du dann wirklich was, ich sag mal, ähm, ein Algorithmus programmierst, den du die ganze Zeit über die Sekunde tausendmal aufrufst, dann wirst du mit GDScript nicht glücklich. Ansonsten fürs normale Programmieren reicht's auch. Man kann aber, wie gesagt, dann beispielsweise auch ein eigenes Script in C-Sharp schreiben. Ähm, oder wenn man will, dann wirklich ein GD-Native, beziehungsweise C++. Äh, das ist dann am performantesten. Also es gibt schon Performance-Unterschiede. Die Frage ist, wo macht's in dem Spiel was aus? Also wenn ihr ein einfaches, ähm, 2D-Spiel macht, dann macht's wahrscheinlich eigentlich in der Performance nicht viel aus. Musik 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 Musik